Die Sendung wurde live untertitelt. Vielleicht könnten wir darüber sprechen, dass du hier auf diese Weise mit Charlie zusammenlebst. Menschen können einfach so verschwinden. Sie ist alt genug. Alt genug wofür? Ich habe mich oft gefragt, warum bekommen wir Kinder? Und ich bin zu dem Schluss gekommen. Wir wollen jemanden, der es dieses Mal richtig macht. Wer bist du? Wer bist du? ?!" Vielen Dank.